Hallo, hallo, liebe Leute! Und heute gibt's Fledermaus und Vogelsuppe in Castlevania Preload of Darkness, denn wir wollen uns an diesen Mistmüchern hier jetzt rächen. In Stage Nummer 4, welche wir im letzten Part ja recht gut bewältigen konnten, auch im normalen Modus. Also wirklich, dieses Level ist wieder eines der Level-Hacks, die doch etwas angenehmer sind, auch wenn sie diese Verstecker haben hier. Und nervige Gegner, die sich ja echt übertreiben, wie diese Vögel und die Fledermäuse, die das Hüpfen gelernt haben. Weil sie einfach mal nicht fliegen können, weil ihre Flügel nachgelassen haben. So, und jetzt lasst mich durch. Brav! Das muss man wohl in dem Fall so machen. So, uiuiui! Und lasst sie vernichten. Sehr schön, uiui! Ihr seid zu früh dran! Hey, Abschnitt 2! Okay. So, einmal runterspringen oder runterfallen. Lass mich nur noch bis Abschnitt 3 kommen. Ja, mit der Energie wird das wohl nicht mehr reichen. Ne, Erfreni, wenn ich mich so treffen lasse. So, du kannst auch ins Wasser springen. Nicht alle mal schön brav schwimmen. Ne, mit der Energie wird das definitiv nicht reichen. Ich muss ein Leben verschwenden. Naja, macht nix. Versuchen wir es nochmal. Jetzt haben wir mehr Energie und jetzt klappt es definitiv. Wenn ich keine Dummheiten anstelle. Auf jeden Fall! So. Yay! Okay. Ich sollte echt keine Dummheiten machen. Mann! Warum kriege ich jetzt kein Peitschen-Upgrade? Das hatte ich bisher auch nur nicht an der Stelle. Sonst habe ich da eigentlich immer ein Peitschen-Upgrade gekriegt. Ich kann es jetzt schon mal vergessen. Gut, ich habe zu viel Dummheiten gebaut. Machen wir nochmal von vorne. Ah, verdammt. Es war einfach scheiße, dass ich da diesen dummen Sprunken machen wollte. Weiß ich auch nicht, was da eigentlich gefahren ist. War wieder so ein scheiß Gedankenfehler, den ich... nicht hätte machen müssen. So. Okay, halt, mein Fuß. Schön am Boden bleiben. Dazu seid ihr im Fleder-Mäuse ja da. Deswegen seid ihr auch so am herumhüpfen. Weil ihr am Boden bleiben wollt und nicht in den Himmel. So, habe ich es noch? Ja, okay. Zwei Treffer, dann bin ich tot. Peitschen-Upgrade gibt's nicht. Scheiße. Meine Güte. Der weiße Drache ist so scheiße. Echt, bei seinem Zufallsmuster... Nee, ist... Einmal nur manchmal unberechenbar. Dass man sich nie vernünftig drauf einstehen kann. Nie vernünftig anzugreifen. Dass ich dann auch so viele hiervon da platziert habe. Das ist... Wow. Echt nicht so toll. So jetzt. Aber, los. Mach die Wand weg. Naja, wieder so beschissen. Nehmen wir diesen Zufallsmus-Upgrade. Nein. Yes. So, okay. Sogar uns vor Unverkehr. Sogar die gibt's hier auch mal. Wie lange hat die die jetzt schon nicht mehr... Ich glaube, in diesem Level hat die noch gar keins davon. Oh, je, je, je. Egal. Ich hab jetzt die längere Peitsche und ich lebe noch. Zwei Vorteile. Aber ich hab viel zu wenig Energie. Ein Nachteil. Eins von vielen, äh... Ne, das wird mir den Treffer nicht ausreichen. Definitiv nicht. Ne, ich brauch hier sogar schon zwei Treffer, also brauch ich definitiv volle Energie. So, jetzt hab ich sie. Jetzt gibt's Rache. So, abhauen. Verdammt. So, brav. Und du kannst jetzt Wasser. Tja, Fledermäuse. Was habt ihr davon, wenn ihr halt nicht fliegen wollt? Dann müsst ihr eben schwimmen lernen. So. Okay, jetzt muss ich das hier noch einmal schaffen. Es wird so, dass ich jetzt hier irgendwie heile durchkomme. Und weg hier. So. So ist es schön. Und Abschnitt 2 fast geschafft. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Gut, und nur noch zur Tür. Nein, was? Ah. Das war vorher, aber nicht so. Vorher konnte ich das besser anpassen. Ne, aber ich hab das nicht geschafft. Ich hab ja wieder keine Leben mehr. Ah, verdammt. Also bis Abschnitt 3 zu kommen, ist echt schon Wahnsinn. Aber gut. Versuchen wir's nochmal, Leute. So weit lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich weiß jetzt in etwa, wie man dieses Level vorgehen muss. Also, schauen wir schon irgendwie. Mit viel Ausdauer, mit viel Geduld, mit viel Rumgekreische. Na gut, das kommt bestimmt erst noch, äh, spätestens beim nächsten Level. Geh ich stark von aus, dass da alles vorbei ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hacker da wirklich alles herangesetzt hat, den Spieler richtig leiden zu lassen. Na gut. Na gut. Jetzt hab ich den weißen Drachen bestimmt nicht erledigen können. Nein. Das war's. Das konnte ich absolut nicht mehr schaffen. Also, wenn ich mir diesen Eintreffer mehr erleiden müssen, dann, ja, hätt's hinten gehauen. So hatte ich einfach viel zu wenig Energie. Wirklich, hier fehlerfrei durchzukommen, ist, glaube ich, ein Unmachtsbaßen. So, jetzt fahr ich mal was anderes. Ich müsse das irgendwie mal anders hinkriegen. So, und durch. Okay, jetzt kann ich sogar drei Treffer allein, bis ich tot bin. Dann komm mal her, weißer Drache. So. Ah, verdammt, ich muss mal die andere verpassen. Jetzt ist mir zu viel. Ich seh nix. So. Peitsch, not great. Feuerfrei. Lasst euch alle von mir peitschen. Lasst euch alle zu meinen Untertanen machen und lasst euch alle... Aua. Die Fledermost wollte wirklich mal das Weite von oben wieder sehen. Nein, das hat nicht ganz geklappt. Egal. Nochmal. Mit mehr Leben, mit mehr Energie ist es sowieso etwas angenehmer. So, ich bin mit diesen Kindern hier überfordert. Will ich nochmal machen, weil... Mit nur Leben schaffe ich es eh nicht. Bei den meisten dran davon ist es sowieso Schluss. Deswegen nochmal von vorne mit drei Leben. Ich muss irgendwie durch Punkte noch ein Leben kriegen. So. Aber das ist auch sehr schwierig hier. Yay. Ich hab das Spiel wieder zum Abschluss gebracht, Leute. Ach, Mann. Was ist los? Das ist echt nicht normal. Wie schafft man sowas? Ach, Mensch. Na, versuchen wir es noch einmal so. Okay, Leute. Dann zeigen wir es jetzt diesen Gegnern. Irgendwie muss ich ja jetzt, äh, das Spiel retten. Weil sonst hätte ich eigentlich ein Problem gehabt. Sonst hätte ich hier nicht weiterspielen können. Das ist wahrscheinlich durch die ganze Gegnerüberlagerung, dass das Spiel überfordert war. Und der Emulator nicht mehr damit klarkam jetzt. Und ich in dem Fall halt jetzt das Ganze anderweitig retten musste. So. Gut. Jetzt komm du her. Lass dich vernichten. Und alles, was jetzt da war, wenn es da gewesen wäre, wäre weg gewesen. Ich komme nicht hoch. Ich wollte schon sagen. Alles klar. Dieser Hack hat gewisse Macken. Ich hab mal wieder einen interessanten Fehler entdeckt. Und ich sterbe so gerne hinten. Egal. Wenigstens können wir hier noch weitermachen. Trotzdem ist es beschissen. Dass es solche Fehler hier gibt. Solche absurden Absturzfehler. Wenn ich hier nicht solche Sicherheits-Safe-States machen, dass ich hier wirklich weiter fortsetzen kann, dann hätte ich echt die Arschkarte gehabt. Halt! Unverwurbarkeit-Krug. So. Jetzt komm ich wenigstens hier schon mal dran. Jetzt muss ich jetzt auch den Treffer erleiden, aber wenigstens hab ich mehr Energie. Das ist doch mal genial. Das schaffe ich so selten mal. Gerade weil mich hier alles trifft. Ja, und bei dieser Scheiß-Weiß-Weiß-Drauch-Ja. Meins, er müsste tun, was er will. So, was man ihn gar nicht treffen kann. Ja, so viel Energie wie er verschwendet. So, jetzt komm runter. Ledermaus, brav. Tun wir nichts. Du warst mir anders. Okay. Okay. Verlieren wir ein Leben. Immerhin. Ich bin schon mal weiter. Ohne Lebensverlust. Also zumindest schon mal bis zum zweiten Abschnitt, das meine ich. Au. So, und runter. Und das war's mit der Ledermaus. Okay. Ja gut, das ist egal. So, gleich muss ich wieder zwei Treffer erleiden. Und ich frage mich eigentlich nochmal, wie ich das am Ende machen soll. Okay, das hat auch geklappt. Sogar mit einem Treffer. So, die nächste Sache, die problematisch wird. Oh Mann. Egal, versuchen was. Jeje, ich hab sogar so hingekriegt. Das hätte ich da am wenigsten erwartet. Abschnitt 3. Jetzt sogar am besten hingekriegt. Oh je, jetzt hört's aber auf. Komm, ich brauch Peitsche 3. Peitsche 3. Also stärkere Länge, Peitsche, weil ich die stärkere. Stark ist sie ja schon. Yes. Also wenn ich jetzt nicht wenigstens bis zum Boss komme, meine Sekundärwaflust. Der wäre, der wäre sehr schlecht. So, Fledermaus, du hast nichts mehr zu lachen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich hab Angst. Okay, wir sind beim Boss. Eule, ich hab keine Sekundärwaflust. Ich hab nichts. Bleib weg. Ich soll den Boss so besiegen. Nee. Nein. Nein. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Noch geistesgestörter geht's echt nicht mehr. Und das soll ursprünglich mein Frankenstein gewesen sein. Jetzt ist gut. Hallo, lass mich wenigstens hier mal vorankommen. Selbst das krieg ich gerade nicht mehr hin. So, okay, das hab ich schon mal. Wenigstens ist es in dem Fall mal bei das Glück auf meiner Seite. Wow. Du scheiß wie. So, bleibt alle weg. Mann, ihr nervigen Fledermäuse. Ja, ihr überfordert mich wieder. So, seid ihr fertig? Danke. Okay, jetzt geht der Spaß wieder los. Gibt hier irgendwo Energie? Ach, Mann. Vergessen wir das Ganze. Angriff! Scheiß auf alles! Ich glaube, ich muss hier frontal darauf angreifen. Anderen Weg wüsste ich echt nicht. Also muss ich aber wirklich hier schon leicht die längere Peitsche haben, sonst kann ich's vergessen. Sonst kann ich das definitiv vergessen. Weil diese Viecher hier einfach mal scheiße sind. Ihr wisst, dass ich Flohmänner auskasse, wenn ihr eins auch so scheiße sind. Und ich krieg gerade gar nichts. Nein, diesmal hasst du mich das Spiel. Okay, versuch mir das Kamikaze-Aft. Nein, ich hab schon wieder zu viel Schaden erlitten. Gut, versuch was. Jetzt gehst du falsch. Ich hab Leben. Ein Versuch mehr. Da ist Fleisch. Okay, da ist Fleisch. Jetzt krieg ich ihn. Da ist Fleisch. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich nur erstmal dahin kommen, weil... Ich... Ich hasse euch. Danke, das hab ich schon mal... Ja, ich bin wieder so dumm. Ich bin wieder so... Ich kann einfach mal... Leute. Ich bin wenigstens schon mal bis zum Boss gekommen. Ich weiß schon mal, wie ich ihn bekämpfen muss. Ich muss jetzt nur noch einmal dahin kommen. Aber ich brauch erstmal gerade ne Verschnaufpause, Leute. Deswegen würde ich sagen, benne ich die Aufnahme erstmal hier. Und wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und dann bennen wir die Stage definitiv. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal auf. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.